Hallo, Servus! Heute bin ich mal wieder mit dem Palawa unterwegs, mit dem Hans, der YouTube-Legende und ein paar Subkollegen. Genau, und es geht wieder vom Sylvensteinsee runter nach Bad Tölz. Das ist dann das dritte Mal, aber es macht immer wieder Spaß. Bis später! So, da kommt die zweite Rampe. Die schaut schon ein bisschen lustig aus. Der Hans hat so einen Speed drauf, dass er es ihm am Bug hochhebt. Okay, die Rampe des Todes! Sie haben wieder zum Fredraschenden Rund. Sie haben wieder schreiten. Sie haben schnell gemelt. Sie sind in der Nähe der Erste Bulle. Sie haben in der Nähe des Sponsoren von der Insel weggebracht. Halt ein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Jetzt kommt wieder die Umtragestelle beim Wehrfleck, da müssen wir uns die Boote dann überheben. Da wird kein Zentimeter hergeschenkt. 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 Jetzt kommen wieder diese flacheren Abschnitte. Da wird ein Zentimeter hergeschenkt. 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 Die Wasser muss gut ziehen. Wie Kahnt haben sie Evegete ich? Sollte Nichtsum! Nichtsum! Uh! Nichtsum! 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 Ich bin nicht mehr. 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 Ich bin nicht mehr.